Hallo und willkommen zu einem neuen Game Based Game Check. Der Game Check der LFK, der Medienanstalt für Baden-Württemberg und der Computerspielschule Stuttgart. Ja und in diesem Game Check geht es streng genommen nicht um ein Spiel, sondern um eine Programmiersprache. Und zwar um die Programmiersprache Scratch. Die wurde speziell für Kinder und Jugendliche entwickelt und ermöglicht, eigene kleine interaktive Geschichten zu machen und Spiele und Animationen zu erstellen, indem man Blöcke mit Codebefehlen zusammenfügt. With Scratch, you can make your own stories, games and animations. Let's start by grabbing a move block. Scratch bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die auch relativ einfach gehalten ist und ist auch deswegen für Anfänger sehr zugänglich. Scratch wird im pädagogischen Kontext sehr viel genutzt, gerade auch von der Computerspielschule. Da können die Kinder dann beim Freitagsprogramm immer ihr eigenes Spiel entwickeln unter Aufsicht und mit Hilfe von Leuten, die sich schon ein bisschen damit auskennen. Und auch im Toolkit-Koffer der Games im Unterricht-Seite, den wir im Podcast schon ein paar Mal erwähnt hatten, sind Scratch-Anwendungen vorhanden. Bedeutet, da ist auch nochmal eine ausführliche Anleitung, wie man das im Unterricht wirklich für die Unterrichtseinheiten benutzen kann. Falls daran Interesse besteht, werde ich das hier auch nochmal verlinken. Und ein großer Vorteil von Scratch, wieso es eben so oft benutzt wird für pädagogische Sachen, ist, dass durch das Erstellen eigener Projekte die Kinder die Grundlagen des Programmierens lernen und auch logisches Denken, das geht ja natürlich einher, dass man eine Problemlösefähigkeit entwickelt und auch kreative Lösungen erstellen kann. Und in einer Welt, wo eben immer mehr digital wird und auch immer mehr Leute sich mit dem Thema Programmieren beschäftigen müssen, ist das ein, ja, fast schon Basic-Skill geworden, dass man das wenigstens grundlegend versteht, was da passiert. Die visuelle Natur von Scratch macht das besonders geeignet für jüngere Kinder, weil es eben keine komplexen Syntax-Regeln gibt, die gelernt werden müssen. Stattdessen kann man einfach Blöcke auswählen und aneinander anordnen, um einen gewünschten Code zu erstellen. Und das hilft halt, die Struktur von Algorithmen und Programmabläufen zu verstehen. Das Coole dabei ist, dass man auch sehr gut zusammenarbeiten kann. Die Kinder können ihre Projekte online teilen und sich gegenseitig Feedback geben. Und dadurch lernen sie auch voneinander und entwickeln auch Sozialkompetenzen, um zu lernen, wie man im Team an solchen Sachen arbeitet. Darüber hinaus bietet Scratch eine Vielzahl an Lernressourcen und Tutorials und Beispielprojekten und andere Sachen in der Online-Community, auf die man eben zugreifen kann. Dadurch, dass Scratch eben eine visuelle Programmiersprache ist, wäre dann, wenn man das gelernt hat, der logische nächste Schritt, eine textbasierte Sprache zu lernen. Denn natürlich ist durch diese Visualität das auch nochmal ein bisschen eingeschränkt. Aber gerade, wenn man noch etwas jünger ist und dann die Grundlagen durch so etwas wie Scratch gelernt hat, kann man sich einfacher in Programme einarbeiten, die textbasiert sind. Und fängt nicht bei Null an, sondern hat schon mal ein Grundverständnis der Art und Weise, wie solche Sachen konstruiert sind. Falls ihr Scratch euch angucken möchtet oder ausprobieren möchtet, ich werde auch nochmal einen Link in die Beschreibung dieser Folge reintun. Und das Tolle ist, dass Scratch kostenlos ist. Heißt, ihr müsst da jetzt nicht großartig was zahlen, um das auszuprobieren und zu benutzen. Und falls ihr Lust habt, das wirklich mal anzuwenden, wenn ihr jetzt Lehrkraft, Sozialarbeiter, was auch immer seid, dann könnt ihr das sehr gerne auch mit dem Unterrichtskonzept von der Gamesim-Unterrichtsseite machen. Oder euch sogar den Toolkit-Koffer bei einem der Medienzentren ausleihen, wo diese verfügbar sind. Da sind nämlich auch nochmal ausgedrückt ganz viele Unterlagen dabei und auch nochmal eine andere Art von Konzept.